Sein Glaube an den neuen, singenden Menschen ist Quelle einer Faszination, deren Wirkung auf empfängliche und von der Jugendbewegung vor dem Ersten Weltkrieg bereits angelegte Menschen besonders groß ist. Problematisch blieb jedoch zum einen die utopisch überdehnte Reichweite der pädagogischen Therapie. Denn auch das älteste und schönste Volkslied wäre überfordert, wenn ihr die Kraft einer heilenden Hostie zugemessen würde, an der die zerrissene Welt der Gegenwart wiedergenesen könnte. Das aber ist im tiefsten Jödes Hoffnung.